Sam, steh auf, nimm dir ne Tasse Kaffee und trink. Okay, warte mal. Jetzt ist cool. Och man, ey, dieses scheiß Atmen. Hallo zusammen, mein Name ist dir wieder im Spiel Manuel Samuel. Und schaffen wir die 1500 Likes innerhalb von einer Stunde, lade ich so schnell es geht den nächsten Part hoch. Los geht's. Controller. Oh, warte mal. Atme, atme. Wie bremse ich denn? Achso. Ah, jetzt. Okay, alles gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Gas, was? Ah. Oh. Äh, das Spiel überfordert mich jetzt schon, ne? Ich muss hier 8 Millionen Knöpfe drücken. Was ist denn los mit dir? Und jetzt? No, dude, you can't change gears without pressing down the clutch first. No, dude, you can't change gears without pressing down the clutch first. Ich muss noch die Kupplung drücken, Alter. Wann mal den Kopf nach oben? Ah, das macht Sinn, wie krieg ich denn die Hand jetzt da wieder rüber? Ah, hiermit. Atmen, ausatmen. Und jetzt fahren wir mal, warte, blinzeln und fahren jetzt mal da rüber. Jetzt fahren wir mal da rüber. Dann überfährt er gar nicht, wenn ich fahre, warte. Jetzt. Ha, perfekt. Und jetzt geht's ab. Kuppeln. Kupplung treten. Kuppeln. Yo, go ride, bro. Stopp. Ich hab gerade gedrückt zum Rechtsabbiegen. Ich glaub, das ist schon schwer genug, wenn wir nur fahren müssen. Hier muss ich nur atmen und blinzeln, Alter. Okay, warte, warte, warte. Ja. An die Kupplung drücken. Ja. Ja. 80 waren es gut. Soll ich den dritten Gang machen? Ich will den dritten Gang nicht machen. Dann komm bestimmt jemand auf der Straße. Warte, warte, warte. Dritter Gang. Gucken und drücken. Schalten. Dritter Gang läuft. Der war sehr gut. Warte. Jetzt hab ich's raus. Ich bin der beste Autofahrer der Welt. Atmen. Atmen. Blinzeln. Blinken. Kann ich noch vierden Gang reinmachen? Warte. Wir probieren es jetzt. Und zwar, warte. Jetzt. Oh nein. Oh mein Gott. Jetzt war man richtig schnell. Atmen. Ausatmen. Atmen. Ausatmen. Blinzeln. Sehr gut. Oh. Wie bekommt denn jetzt? Warte, warte. Konzentration. Der war mega knapp. Gar nicht gesehen gerade am Anfang. Und blinzeln. Und Atmen nicht vergessen. Der Tod ist echt scheiße. Okay, warte. Wir müssen weiterfahren. Weiterfahren mit unserem Geil. Sollen wir noch mal im fünften Gang rein? Oh mein Gott. Jetzt haben wir... Oh mein Gott. Oh. Oh. Was war das denn für ein Move? Bin ich abgebogen oder was? Ich glaub schon. Oh, wo sind wir denn hier? Boah, das ist echt schwer. Kann ich noch schneller fahren? Sechsen hat der Wangen bestimmt nicht, oder? Was ist denn los mit dem Typen? Wo hat er den ersten Gang? Okay, ist fertig. Alles gut. Alles gut. Wir sind am Ziel. Ging ja noch richtig gut eigentlich. Strife und Strike. Struggle. Battle. War. Sie ist nicht wehring Dumb Clothes, sondern machte kickflips. Sie ist nur da. Nach einem Job sehr gut gemacht. Oh, holy feces, holy feces. Es ist sie. Ich bin mein Wagen. Just be cool. Be cool. Be cool. Okay. jetzt war ich zu dritt und los geht's warte atmen winzeln hat man blinzel hand ja kuppeln kuppeln was soll ich machen ach anhalten jetzt aber wieder weiterfahren wie sie denn drauf okay jetzt macht das bremspedal irgendwo sehen was ist hier gas naja stimmt aber gab okay alles gut hat man nicht vergessen winz einatmen hatte warte wo alter die ist voll stressig die frau dahinten okay kann weitergehen ob das lohnt sich gar nicht mehr die will immer so schnell abbiegen und stehen bleiben naja das meint wir bleiben im ersten gang ist am kurzen glaube ich gehen wir hin hatte wenn wir schon dabei sind hand runter stop hier hatte hand hoch oder war knapp ich musste arbeit fahren in dem zustand kann ich kann mal bitte bitte warte hand hoch schalten an den kuppeln schalten kuppeln schalten kuppeln schalten in den fünften ok warte oh nein oh endlich der autofahren war mega stressig ich will nicht blinzeln ich will nicht schnipsel des lebens verleihen nein ach man man muss ja zweimal blinzeln boah ist das ein bichser warum konnte ich das nicht machen wohl das fiel ne boah ey da muss ja dreimal die woche dreimal pro stunde mindestens ich hab da zwar keinen griff gesehen aber ok und nein ich brauche eine neue keycard von der rezeption wie soll ich das denn machen warte wo muss ich denn hier interagieren laufen zurück da war's jetzt sam focus is all his brain energy on trying to speak well formulated sentences das war ich muss mich da voll drauf konzentrieren gerade daneben ja alles gut hat geklappt alles gut ach nee die muss jetzt festhalten dabei muss nur atmen blinzeln und laufen ok warte muss ich die treppenstufen nehmen nein hat geklappt sauber das ist mega schwer alles fast unmenschlich geworden mein rückgrat geht kaputt endlich habe ich die kaffeemaschine in der reihe hat das gedauert warte pusten durch ne nein schon wieder in den augen gelandet oh sauerstoffmangel ohmächtig aufstehen wir da bitte bitte sam steh auf sam steh auf nimm dir ne tasse kaffee und trinkt ok warte mal jetzt ist cool ach man ey diese scheiße atmen ich will nur einmal ich will nur einmal schaffen den kaffee zu trinken bitte und jetzt wow ich habe es geschafft kaffee war nicht zu heiß hat funktioniert sehr gut warte mal hatte ich nicht nur meine keycard wo war die dann liegt die dann noch da ist die keycard aber die will er nicht mehr haben warum nicht okay dann brauchen wir die wohl nicht mehr bisschen blinzeln bisschen atmen rückgrat aktivieren und weiter geht's so eine krasse ananas da drauf ich wollte gerade spielen ob sie hat ein roboter arm und bei was macht er denn jetzt konzentration atmen blinzeln los geht's nein falscher knopf der was denn los papa jetzt wäre der automat er geht aber ab das ist samuel senior he owns robocorp ink aber warum denn gerade heute so ein so ein scheiß ich bin schon einmal gestorben jetzt muss ich auch noch arbeiten gehen ach ehe scheiß rückgrat alles klar das war dann soweit manuel samuel falls es euch gefallen hat lasst überwertungen da und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten game wieder oder im nächsten part haut rein tschüss das ist lee dam z bis